Hallo, heute beim Ein-Minuten-Star Lydia Morgenstern. Hallo Lydia! Hallo! Lydia, du bist ja auch bekannt bei Kindern sehr und auch bei Erwachsenen. Für welche Rollen denn? Bei Kindern und den Eltern denke ich mal durch Miraculous Ladybug. Ah, okay. Durch die Ladybug. Okay. Kannst du da mal einen Satz machen aus Miraculous? Gibt es da irgendeine Keyphrase? Glücksbringer! Okay, gut. Zum Beispiel. Ja, und was sonst noch? Ähm, die Bronies kennen mich sicher auch als Applejack, das Cowboy-Pony in My Little Pony. Okay, und so normal Realfilm? Realfilm, Tote Mädchen lügen nicht, Hannah Baker und ähm, was, was noch? Im Film Little Women habe ich Joe March gesprochen, das war sehr cool. Äh, und... Ich glaube, du warst auch bei Raumschiff Enterprise dabei. Ach ja, auch relativ aktuell, Star Trek PK, da habe ich eine Rolle, die sehr viele Namen hat. Einer dieser Namen ist Raj. Okay, das war's schon wieder. Glaube ich. Kommen Sie wieder vorbei bei der Ein-Minuten-Stag. Tschüss.